Aber geschehen! Ja! Die Hülkänse kommt. Nee, das ist Schwede. Die Spiele! Zeich! 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 Das ist der Ball da. Scheiße mit so einer kleinen Kamera. Das bringt nichts. Wir machen noch was anderes. Jetzt gehen doch uns beiden die Bisschwestern. Ich würde das ja nie schreiben. Aber... Willst du hier ein dicker Fond mit? Hier oben. Warte, warte, hier ein Rekord. Da ist er mit Ton. Eine Minute noch. Hast du das von Ostfriesenraude gelesen? Nee. Die sind gekommen und die Tochter wollte nach Hause. Die war so sauer. Hatten sich aber im Elysee eingemietet. Und dann haben sie gerade... Dann war Mladen Petric beim Ausschecken. Den mochten sie nicht ansprechen. Dann sind sie aufs Hotelzimmer gegangen. Und dann saß die da in der Lobby. Den mochten sie auch nicht ansprechen. Ich bin ein geblätterät für mich, aber sonst hier sind wir. Ja, schön.